Moin Leute und ihr zuhört in einer Folge Call of Duty Modern Warfare 2 Herrschaft dabei ist der GIG Junior den ihr schon über mir sehen könnt und das Hauptthema dieses Kommentarys ist eigentlich nicht MV2 sondern der liebe Junior hat einen neuen Youtube Channel und ich wollte ihn mal euch vorstellen denn ich finde er macht ganz gute Videos und Junior dann erzähl mal über deinen Channel wie der heißt und so weiter also mein Channel ist der Junior MGLP also Multiplay Let's Plays ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich hauptsächlich spielen werde deswegen würde ich euch beten was ihr sehen wollt hier in meinen Videos halt einfach mal unter die Kommentare in die Kommentare zu schreiben auf ein tolles zusammenleben auf Youtube Ja natürlich wird der Link zu seinem Channel in die Beschreibung eingefügt Ja Korven spiel Schrott zu homo camping for the win Ja Korven spiel schrotz zu homo Noch auf Oooooohh komm niemanden kuchen Ui Wir verlieren Alpha Präder hat Drohne Startbereit Wiederhole Präder Wir haben Alpha verloren Verbündete Präder verdrohne im Anruf Alter läuft dieses Video oder was? Was? Payflow, Vorräte, Petschi, Harrier Alles mögliche in der Luft auch Und verleiden Teams Alter Die zwei Leute immer umeinander wuseln Und ich immer nur einen verweiten kann Er hat mal den Payblock runtergeholt Nice Bei mir hat er nichts getan Ich hatte alles kalt, aber trotzdem Er klettet mich Wir verlieren C Alter Wie die hier nur mit seinem Text rumschneißen können Wir überlaufen uns! Diese Positionen einnehmen! Double Das ist ein Problem Versteigungsverlässstoff W W W W W W W W W wird gesichert Achtung, feindliche Vorräte C wird gesichert Ah, okay Nein, Mann, scheiß Samtex Eins vor Vorräte Alter, wir haben Hände Ich habe den jetzt einfach drauf gehalten, wo er gehandlicht hat Alter, ich schneife hier nur noch, weil die alle in einen reinrennen Du kannst die gar nicht mehr richtig abschließen Wir verlieren C Alpha, gesichert Wow, jetzt kommen sie über 10 auf einmal Ja, ich habe ihn genifed Ja, war ein 2 Dolfer, kacke Schreibst deinen Spieler, du da Oh ja, geil, jetzt wird ich weggetubt, ey 14 zu 12, auch so noch schön, ey Wir haben C für Loll 10 zu 15 Shotgunner Verknifed und ercheckt es nicht, er realisiert er auch nicht, dass ich ein Gegner bin Was, ein Shoppergunner? Nee, Shotgunner Gunner Ja, komm wie Slack Vorräte Und Wredler Und Wredler Ich habe Parrier, äh, Shoppergunner und Mutern Double Ich die P90 einfach erlebe Ja 21 zu 13 Ist hier doch schon Alter, den gekackten Shotgun, äh, Shotgunspieler, ey Komm, jetzt, äh, der Pet Boah Ist doch nicht so geil wie ein Apache, aber ne Angriffstili Läuft Wenigstens ein bissl was in der Luft Dürfen wir uns erst mal den Arsch gegen die Camper decken Alter Boah, da kamen sie zu sehen Nein, lass doch meinen hin hier Oh, der Arschloch Boah, da kamen wir umdecken Unwennstil Einer spielt mit Martyrium Ah, f***ing bitch Ich wollte gerade hier Tor schneiden, ey Woi Was gehen da ab alleine,ики Alter Ich habe nur noch rot am rumrennen. Alter, instant flash. Same takes. Ja, kann man das nicht draufgehen. Wir verlieren A. Achtung, feindliche Vorräte. Haben die gerade gestealt. Ja, nein. Wir haben Alpha verloren. Nein. Ich vollidiot erst mal. Er geht nach. Run A. 26,19. 15,23. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Aufklärungsdrohne online. Oh, das war jetzt zu viel. Headfish-Treppe. Bin ich schon am Aufräumen. Okay, war ich am Aufräumen. Ja, habe es gesehen, war leider geflasht. Deswegen konnte ich dir nicht helfen. Oh, komm mal, du Po-Lappen. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Bravo, wird gesichert. Aufklärungsdrohne online. Also, ich habe auch gerade geeinigt. Ihr Kommando Brot. Boah, die erobern C. Wir verlieren C. Ey, ich schwerf immer gegen diese scheiß Kante. Oh, der hockt bei C drinne. Wir verlieren C. Oh, ja. Die geht bei dem. Oh, ja. B wird gesichert. B wird gesichert. Jetzt, endlich. Mann, ich verliere dich auf die Entfernung. Mann, ich verliere dich auf die Entfernung. Immer diese dreckigen Neifer. Äh, diese Neifer-Lex, diese Tüber. Ja, schade. 32, 25. War trotzdem ein gutes Spiel. Du willst zweit, was da? Ja, leider. Also... Mit zwei Assists. Die Beschreibung müsst ihr euch anschauen. Da wird der Link von dem Junior sein. Von mir gibt's einen Schiss. Und die letzten Worte gehen an den Junior. Haut drinnen und klickt auf meinen Kanal. Also, Ahoi, Leute.